Ja, und wieder zurück. Na, dann wollen wir mal Bescheid geben, beziehungsweise in diesem Fall erstmal Ariella aufsuchen und sie zur Rede stellen, beziehungsweise sich auf den Kopf hauen. In was mag sie sich nur verwandeln? So, gucken wir mal. Hallo. Dane's company meets you. What news? Do you show him the earring? Äh, ja. Dane listens quietly as you tell of Sebas. He bids his major guard them. He takes the earring down the hall. As you wait, the major speaks. Will er da seine liebe, rothaarige, rotäugige Frau zur Rede stellen? Na, dann mach mal. Major Temp speaks. Ach ja, der. Thank Paladin you've come. Some of us have had suspicions for some time. Lately even some knights have disappeared without trace, but we lack proof of her dark intent. She told Dane she had gone to Cerberus to visit her older sister. Ihre ältere Schwester wohnt in einem Ort namens Cerberus? Freunde. She goes there quite often. He will be furious at being deceived. Ja. Suddenly a man shouts in agony. Dane! All rushed forward. Ariella stands over Dane's body. Curse you, I was almost fun of him. Alter, wie spricht sie denn? Wie hab ich sie denn gesprochen? Egal. Curse you, I was almost fun of him. Lange wird sie eh nicht mehr leben. She issues orders. Ach so. Hm, redet doch noch eine ganze Menge. Hm, na, dann gibt's jetzt eine neue Stimme. You three, take your captive at once to our mistress Kittyara. Perhaps he will tell her his secret. Do not let Soth Warriors take him alive. Hurry now. Be gone. The rest of you, assume your true forms and teach these meddlers a lesson. Was ist, wenn das mal keine SIVAX sind, wa? Schau mal mal. Jo, SIVAX. Toll, toll, toll. Das ist deine true form, Black Wizard? Hm, hm, hm? Na gut. Wollen wir mal nicht, äh... Ah gut. Gehen wir hier mal hin. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was steht denn hier noch rum? Aber das sind ja unsere Jungs. Was bedeutet, dass wir wieder mal im Arsch der Welt stehen hier. Und wollen doch noch einen schönen Fireball zaubern. Hm, Delphi, Mensch. So. So, warum denn nicht? Nennt ich SIVAX schon mal weg? Sind sie nicht? Hm, hm. Willst du mir sagen, dass ich nur einen Feuerball brauche? Nee, mach ich aber nicht. Das machen wir jetzt von Hand hier. Ach, ihr macht mal alle nix. Ich brauche ja nicht. Okay. Okay. Na, Delphi, möchtest du auch mitspielen? Bitte sehr. Ja. Bist du SIVAX sind echt lächerlich. Also, kann man nicht anders sagen. Also komm, ich will mal backstabben. Ah, fuck. 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 So, jetzt aber. Hm, wieder nicht. Egal. Jetzt. Ja, so hätt's gepasst, nur andersrum. Toll. Ja, das ist ein Wundert. Äh, mal kurz nachgucken. Gibt's hier irgendwas, äh, irgendwas notiert? Hm, 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 hm. Nee. Hm, nul. Major Tims takes charge. Watch her. I secure the area. The knights go. Before your eyes. Ariella transmogrifies. So kann man das auch nennen. Überraschung. Sie wird ein... Oh, ein großer roter Drache. Ich bin beeindruckt. Wow. Okay, dann... Hm, hm, hm. Hm, hm. Ah. Warum denn nicht? Ach, wir haben doch die Drachenlanze. Wenn wir dazu... Wenn er rechtzeitig drankommt, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Ja, Ariella, tut mir jetzt leid, dass wir ein bisschen... Unklimaktisch, sozusagen. Äh. Jo. Toll. Was machen wir mit dem... Items will ich nehmen. Alexi of Youth. Hurra. Das habe ich mir schon immer gewünscht. There's the treasure left. Nein. Congratulations. Party against experience. You spot something. Aha. Das wird interessant. What Ariella dropped. The object is heavy... Is a heavy metal key, embellished with loops and swirls. The barrel is shiny from long use. Inside in the keys handle is the word Denisa. Set in flowing feminine script. Aha. A cry to the southwest... Southwest. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh So, noch ein Feuerball, da hat die liebe Seele Ruhe. Warum die hier immer so viele Sea-Works her schicken, die sind doch nur einfach, die haben doch einfach nur keine Chance, aber nur gut, warum sollte das Böse intelligenter sein als das Gute, nicht wahr? A cry to the rest. You hear yells as cloth grips further on. Ahead the fabric was slashed open. Wendel, Steve, wuh, wuh, wuh. Nee. Mhm. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ariello's troop hold a man. Mhm. Ui ui ui. Na gut. Mhm, 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 mhm. Und Tschüssikowski. Wow, schlecht gewürfelt. Hm, Dörfi kommt wieder nicht ran, mhm. Und Tschüss. Ah, endlich. Hurra. Backstep. Backstep. So macht das Spaß. Äh, 5000. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Treasure. Oh. Ein Dart. Das ist doch hundertprozentig ein Dart of Hornets. Nests. Oh, 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 oh. Eine Menge, eine Menge, eine Menge, eine Menge magische Sachen. Äh, wir hatten da. Take. 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 Hm. Hm. Okay, du kannst nicht mehr taken. Du sowieso nicht. Okay, das ist wieder der übliche Kram. Alles klar. Hm, nope. The captive is not Sabas, but a young man. Ja, are you named Krusania? Äh, ja. Müsstest du da nicht ein Fragezeichen hin machen? Ja. Message for you. Mhm, 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 mhm. Ah, Krusania. Das ist ein, äh, heimlichen Verehrer, oder was? Das ist mir entgangen. Das ist ja... I was following some suspicious men when they suddenly grabbed me. Turns out they were Ariella's spies and they locked me up in the commander's house. Soon they brought another man in, a bleak looking chap, looked half dead. Hm, ja, Sabas. They chained him up to, they chained him up to and left us a while. The fellow whispered to me, I must trust you to deliver a message for me. He specified you by name. Hast du gehört, Krusania? Der Sabas, äh, ausgerechnet dich. Hätte aber jeden anderen nehmen können. Er hat sich für dich entschieden, ne? Nudge nudge. Ähm, this was the message. That the key to Soth's doom is the god of Omniscience. This fellow found it and hid it in a place called Voicewood. He said you must go to Dulcimer in order to get there. I think he wanted to say more, but then the Sivaks returned and hustled us off into the bazaar. Someone was chasing us, so the Sivaks split into two groups. I guess the group holding this fellow Sabas managed to escape. Ja, aber egal welcher Gruppe wir hinterhergelaufen wären, es wäre immer die jeweils andere gewesen. Hm, na gut. He teaches a chant that will help you in Dulcimer. Congratulations. Wow, schön. Danke. Jo, wollen wir mal sagen, haben wir wieder was, ihr schafft. Äh... Ja, du könntest ja... Steig, steig, steigen wir gleich mal auf. The Bazaar is back to normal. Ja, wie schön. Hello, affluent friends. I sell the wine drink from... Nein, 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 nein. Ich will hier raus, ich will hier raus. Ich will hier raus, ich will hier raus. Ich will hier raus. Was ist da los? Nights and Patrol, ja. Toll. Jetzt patrouilliert ihr. So, ist hier noch was? Schönen guten Tag? Nee. Äh... Gibt's hier irgendwo eine Training Hall? Nee, ne? Äh... Puh, 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 puh. Doch, doch. Gibt's hier. Gibt's hier, gibt's hier irgendwo. Gibt's hier, gibt's hier. Hier. Nee, hier. Nee. Hm. Hm. Hier. Ja. 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 Ich muss. Level 14. Sehr schön. Aha. String Stinking. Knock. Brauch nicht. Read Magic Wars. Stinking Cloud. Okay. So. Du, 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 du. Gang stops you. Ja, ja. Lasst mich in Ruhe. So. Hier war da auch eine Whistling Wail in. Inquiry all rooms are free. So. Kannst du jetzt noch irgendwas mehr? Oh, hurra. Noch ein Druidenzauber. Das haben wir gebraucht. Ja, da würde ich sagen, ähm, das ist mal ein gutes Ende für diese Session. Hm. Dann machen wir uns beim nächsten Mal auf nach Dulzema. Also, bis dahin. Tschüss.